so hallo wir machen weiter bei super mario maker expert super super expert gibt challenges und ja da fangen wir jetzt einfach mal eine neue an letztes mal haben wir es auf drei geschafft allerdings wird no skip jetzt möchte ich es gerne wieder mit skip weiter schaffen als das verstanden das können wir mal kurz probieren ich treffe halt nicht als ich müsste dieses ding das ist jetzt wieder so eine ding die gucken uns an wenn wir wenn wir fertig sind da gucken uns das level noch mal das sieht ja erstmal freundlich aus ach so oh nein aber dann muss ich es reicht ja wenn ich das hier anfangen oder wie ja ok jetzt wird es kritisch ja acht grüne viel wandsprung hier ja ok zweites leben setze ich noch ein ich habe gedacht vielleicht reicht's aus das ist nichts das ist auch nichts was ich nachher noch mal spielen möchte das nicht ok level name klingt cool mushroom klingt vor allem nach wir kriegen pilz wow gib mir pilz gib mir pilz das ist erstmal ranke ranke gibt mir pilz gib mir pilz ja das ist ein pilz aber nicht ganz der den ich wollte aber auch kein verkehrter pilz das ist pilz den ich wollte jetzt können wir nämlich erstmal in aller ruhe uns umgucken und haben müssen noch keine angst haben dass dinge passieren aber ich sehe jetzt schon es gibt rote müll ok da brauche ich was dafür ah und da oben ist das was ich brauche ok bisher sieht das wie ein cooles level aus ich bin gespannt wann es den grund bekommt dass es super expert geworden ist weil aktuell ist es ein ganz normales level aber irgendwas muss dieses level zu super expert geben ähm ähm ich lade ihn mal neu wait wir können wait 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 was ist da oben nicht mal ein bonus schwach na gut ich glaube es ist am schlauesten direkt durchzugehen genau bevor der über ah mist ok er hat schon mit meiner unfähigkeit gerechnet finde ich gut die trifft mich direkt ok damit hätte jetzt nicht aber wie soll ich jetzt wird gekippt erst an der stelle ok ach so ich hätte die so kämpfe damit habe ich natürlich auch da er was nehme ich jetzt mit ich nehme beides mit solange ich es kann erstmal den uiuiuiuiui dann killen wir die da oben und nehmen die nächsten mit woher geht das überhaupt noch kann ich den nochmal holen hier ja hätte man glaube ich auch hoch springen können aber so war es mir dann doch etwas sicherer so äh das war nicht das was ich wollte aber es funktioniert hihi gefahr erkannt gefahr ach du schande ist das gut schon gewesen jetzt zu wechseln ich glaube nicht au ich muss erst hoch wo muss ich denn da hinfahren oh das ist ein langes level was ist der weltrekord 322 ok das hier ist ja nur für das leben aber brauchen wir ja für unsere challenge ah das war knapp unsere challenge nehmen wir das leben ja gerne mit ok dann kann ich das springboard theoretisch hier auch liegen lassen dann brauchen wir das nachher gar nicht mehr das war wieder knapp ah das ist wirklich lul das war nicht was ich wollte aber cool dass es dass es passiert ist hat was so jetzt einfach durch ah du bist doch blöd ok wir wir gehen so durch wie wir das vorhin schon gemacht haben mit anlauf während der sich gerade aufbaut ist es am einfachsten und jetzt sterbe ich hier auch nicht und jetzt sterbe ich auch nicht da unter dem Manschuh und dann behalte ich vor allem schon mal den Pilz das ist schon mal die erste andere äh Geschichte ja das ist schon mal das erste was neu ist habe ich das falsch eingeschützt ich habe es nicht gesehen auf einmal bin ich runtergefallen ok äh gut ist jetzt das letzte Mal dass wir da hochgehen weil danach haben wir unsere drei Leben zusammen mehr kriege ich ja nicht also den Teil haben wir das nächste Mal nicht mehr aber es wird hoffentlich kein nächstes Mal geben so nice diesmal hat es sofort geklappt dann können wir jetzt ich wollte gerade sagen dann können wir jetzt auch einfach mal das Springboard behalten aber nein das Springboard wollte nicht behalten werden so machen wir es gleich so dann kann hier auch nichts mehr schief gehen ich würde die andere eigentlich auch noch gerne killen weiß jetzt halt nicht ich fahre vielleicht erstmal mit dem Ding hoch ist ja gut möglich dass da eine Münze okay da ist keine Münze oh das war nicht das war der schlechteste Move wait aber dann passt es doch jetzt dann fahren wir doch jetzt runter dann ist doch alles in Ordnung wieso soll ich denn dann da hin und her fahren eigentlich IGIT IGIT Checkpoint okay hier brauche ich eine Bombe hier geht es nicht weiter ich muss den also drücken da oben kommt die Bombe dann zünden wir die hier an und dann soll die erstmal da ah falsch Richtung dumm so dann zünden wir die hier an und dann soll die erstmal da bumm machen ach so ah verstanden so und das gleiche machen wir jetzt noch in die andere Richtung nice so und dann fährt jetzt dieses Ding einfach einmal da runter und dann kann ich da drüber laufen krieg hier meinen Pilz jawohl und krieg hier eine Münze wahrscheinlich okay so weit so gut eine rote Münze fehlt noch da ist sie also wir brauchen wieder einen On-Off den wir umstellen müssen dann kriege ich hier ein Springboard und da geht ein Problem los ah ja dann war es dann war es das damit so nice es ist halt die Frage wie weit es noch bis zum nächsten Checkpoint oder Ziel ist what jetzt haben wir ganz viel Zusatzzeug gefunden aber ich weiß gar nicht was ob ich das jetzt hier hä okay da kommt nicht äh kommt hier was raus das kommt einfach gar nichts hin also ich muss hier rein okay gut dass ich den Helm habe ich nutze den gleich mal ich hoffe das ist okay das brauchen wir nicht da ist nochmal ein Bonusschlüssel aber braucht man nicht gut dass wir den Bonusschlüssel gefunden haben ei 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 aber schönes erstes Level für die Super-Expat-Dings also das erste was wir geschafft haben insgesamt ein schönes Level ja schönes Level gut das heißt so gesehen waren die Münzen optional haben dann aber den Weg des Bum Bums äh erleichtert ich musste den Kampf nicht mehr machen gut 27 leben wir skippen wenn es dumm ist und wir starten ich wollte gerade sagen mit einem Pilz und können somit jederzeit skippen und dann ist die Dinge passiert okay ja gut der Pilz ist weg also ich will ich will warte kriege ich das hin nein aber jetzt kriegst du hin ich will aber das Level würde ich mir dann doch mal gerne angucken ich würde nur gerne den Pilz am Anfang mitnehmen okay so also wir dürfen keinen Peacewitch drücken egal was passiert weil dann stürzt der Himmel über uns zusammen wait hier wäre es sogar in Ordnung gewesen den zu drücken hä was ist das denn ich will da rein da hat sich jemand ne Deftor gebaut und dachte die findet keiner ja erster aha alles klar Deftor kriegt nen Buh es ist ja unglaublich es ist ja unglaublich warte was war das A B links achso ja nice also den ersten also das erste kann man probieren wir können dann kurz den Kampf einmal ansetzen der Kampf sollte nicht das Problem sein ich meine es ist nur Boom Boom was kann bei Boom Boom schon schief gehen DGA würde jetzt sagen why do I talk aber ich bin ja nicht DGA und ich glaube nicht Sprüche so gibt nicht mal irgendwas dafür komplett nutzlos gemacht will ich hier irgendwie ich kann da nicht hoch ne ah wieso bricht das zusammen ach deswegen okay hier war ein Ziel wenn ich jetzt zurückgebe bricht es aber das stürzt viel zu schnell ein ne ja also ich muss aus der Röhre rauskommen um in das Ziel reinzukommen so ich gucke kurz wie ich laufe ich muss äh nach 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 rechts hochspringen nach please don't troll me irgendwann okay welche Tür also wenn die Tür die Tür ist weiß ich auch nicht gut gut wir haben noch keinen Checkpoint von daher kann ich neu starten Weltrekord 14 Sekunden hat es doch jemand geschafft hier reinzukommen irgendwie wie kommt man denn hier in 14 Sekunden durch ach Mist ich hab's vergessen ich hab's vergessen scheiße ich hab's vergessen wie kommt man denn da in 14 Sekunden das geht ja nicht das kannst du nicht verhindern hier jetzt müsste ich im Ziel sein nach dem Weltrekord ist der Rest vielleicht richtig kurz kann ich mich hier kann ich mich ducken ich muss es kurz testen ja dann bin ich hier safe der schießt normalen Quatsch so ah ja hier ist es hier ist das Ziel das war tatsächlich kurz ah ich dachte okay ich dachte ich kann die kaputt nein ich dachte ich kann die kaputt machen jetzt ist Mist jetzt hab ich's verhauen ja ich dachte ich kann die so einstampfen kann ich die nicht so einstampfen aber ich mein wenn der Weltrekord 14 Sekunden oder hab ich mich nicht hab ich mich verguckt doch da steht 14 Sekunden 014 dann muss es ja irgendeinen Trick geben ne dann muss es hier irgendeinen Trick geben den ich noch nicht gesehen habe der Trick dir ist mir noch nicht bewusst ich dachte ich kann die kaputt stampfen aber wenn ich's jetzt nochmal probiere und es geht wieder schief ist er wieder weg der Schuh ich müsste hier hoch weiter das wollte ich nicht ich hatte Angst die fallen hier runter okay was passiert hier ich hab da wieder was anderes gesehen ich hab da was anderes grad gesehen aber was bedeutet das jetzt wieder nein oh ich 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 gerade noch reagiert gerade noch reagiert ich wollte grad sagen ich hab die Swamps vergessen aber puh hier ist nichts anderes ich probiere es jetzt nochmal mit diesem komischen Stiefel die Dinger weg zu die konnte man irgendwie konnte man die weg machen ich weiß das aber ich weiß nicht mehr wie oder geht es nur mit dem mit dem richtigen Stiefel mit dem also was heißt mit dem richtigen ja so geht's nicht ich dachte das nein es ist schon wieder passiert ich dachte ich kann die irgendwie einstampfen okay wir versuchen mal was anderes so aber ich komm da nicht hoch das reicht nicht ich komm da nicht hoch wenn ich hier nach hinten geh ist vorbei na gut ich komm wieder hoch ich komm wieder raus aber ich wollte ich wollte hier wollte ich mal hoch eigentlich aber das geht nicht wir haben die diesen 14 Sekunden Rekord aufgestellt lel so kann man ihn ja auch killen aber nützt mir nix das Zeug fällt sofort runter aber ich hab da wo die ach Mist da wo die Dinger auf mich zufahren habe ich auch keine ich würde jetzt halt gerne also klar normalerweise würde ich jetzt wieder skippen aber jetzt bin ich jetzt wüsste ich gerne wie das Level funktioniert wie gehen diese 14 Sekunden ist hier am Anfang noch irgendwas versteckt ach guck mal das geht auch überhaupt nicht ich kämpfe von der Seite gar nicht rein selbst wenn ich wollte jetzt sehe ich das erst jetzt habe ich das erste wahrgenommen nein ich hab bestimmt vergessen Mist aber ich sage euch gleich was ich euch zeigen wollte also was ich was ich gesehen habe da ist oben links wenn ihr mal hinschaut äh oben rechts Entschuldigung eben nicht oben links da ist eine Lücke in der in der Wand aha also ich kann die auch aber ja das nützt mir jetzt ja gar nichts da bin ich ja komplett lost wenn ich das mache ich habe mir gefragt ob man hier irgendwie hoch kann am Anfang das sieht alles nicht danach aus aber wo kommt dieses Ziel her oh wait komm ich da hoch die Tür von dem Swamp für die zum Ziel wie komme ich auf den Swamp also nicht auf sondern oben drüber das wird sein das muss es sein ich komme irgendwie hier oben rein ich komme da oben vielleicht mit Anlauf komme ich da mit Anlauf rein stimmt die Tür könnte zum Ziel führen da ist noch eine Tür im Ziel nicht nur eine Röhre nein aber ist das von der Höhe her ist das drin ich kann es nicht abschätzen ich kann es nicht abschätzen ist das von der Höhe her drin oh mein Gott das ist neu das ist neu aber wenn ich das jetzt nutze wieso habe ich die noch nie ausgelöst es musste irgendeinen Shortcut geben vielleicht ist das auch der einzige Weg und alles andere ist Troll wieso löse ich die jetzt nicht aus muss ich da so schnell springen dann muss ich aber dem anderen unten ausweichen das ist das Problem ich muss das machen wenn der zurückfährt ich muss das auslösen wenn der zurückfährt genau so und Ziel anders konnte es nicht sein wegen dem Weltrekord das ist es oh meine Herren ja da ist der neue Weltrekord oh man es soll ja ein Trolllevel sein also für ein Trolllevel war es jetzt eigentlich toll aber ich will das anderen halt nicht ins Dings reinschwemmen also bewerte ich das auch nicht so wir haben wieder drei unfassbar schaffe diesmal die vier jetzt habe ich mir doch wieder meine ganzen Leben in einem Trolllevel hergegeben es ist es ist einfach man macht Nose Skip man macht einfach Nose Skip und dann passiert oh Gottes Willen mein Herz oh nee okay I guess we try it I guess I was too slow bevor ich sterbe es gebe ich mich raus ach man ey wie lange nehmen wir auf 28 okay alle Pompoms oh je äh äh hier passiert mir viel zu viel Quatsch tschüss nee die Undead Underworld das klingt interessant Welt 5c also nach einem richtigen Level klingt das als hätte da jemand sich Mühe gegeben ein Level zu bauen vielleicht schwieriges Level okay aber kann man ja mal ausprobieren da kriege ich auch gleich ein Power-Up das wäre ganz cool oh yes ich kriege sogar ein Power-Up aus der Kanone das heißt es kommt immer wieder wäre nicht dumm okay das wollte ich eigentlich nicht demonstrieren aber gut so das ist eine merkwürdige Schrecken was waren jetzt soll ich zurück und das Power-Up wiederholen das wäre schlauer ne irgendeiner fährt doch plötzlich wait da fährt doch irgendeins gleich weg oder so nein okay wir gehen einfach raus tschüss okay den Schlüssel haben wir brauchen wir noch einen P-Switch brauchen noch einen P-Switch kein Midway Power oh das nehme ich gerne mit musste ich leider so machen ii da kommt was runtergefahren äh wo ist das hin das kommt einfach hier raus alles klar tauchen die einfach irgendwo auf random oder was oh nice okay die schießen nur Coins da muss ich mich nicht vorfürchten bisher trollt das Level auch nicht also ich hab ich bin guter Dinge was das Level angeht man muss nur aufpassen man muss nur aufpassen zum Beispiel auf Geister äh okay komm ich hin nice ne Feder man bekommt so selten in dem Spiel ne Feder dass ich sie gleich wieder verliere scheiße okay da unten könnte man hin yo jetzt sind Dinge passiert ah oh Gott die 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 Hilfe äh 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 wuh okay das wird ne wilde Fahrt mit Feder angenehmer auf jeden Fall die Frage ist krieg ich die jetzt wieder die Feder oder kommt die nur hier raus ja das hab ich mir gedacht wenn ich groß bin scheiß oh cool oh Mist aber das Level will ich jetzt schon spielen das ist jetzt wieder nicht gut für aber man weiß ja nicht was sonst kommt ich glaub das ist schon schon in Ordnung das auch ach was mach ich denn warum bin ich denn so oh Mist da passiert ein bisschen zu viel für mich das war jetzt keine Kritik am Level ich lass mich halt einfach nur von allem treffen das ist das Problem ich denk mal da unten ist nur ein Leben ähm okay ich hoffe es zumindest sonst kommt hier gleich wieder das Dings angeschossen diesmal ohne mich so trotzdem wird das jetzt hier kritisch okay und oh ich bin hängen hab das gesehen ich kann ich kann von der Wand nicht huch alter jetzt will hier Antivier gleich wieder ich schmeiß es ich schmeiß es raus so ich hätte gerade fast wieder Neustart gemacht das scheiß Programm nein ich wollte ausweichen okay diesmal aber springen wir vorher ab und landen richtig nice da passiert jetzt zu viel Zeug dass ich da klarkommen soll scheiße ich komme immer einen Schritt weiter ich komme immer genau einen Schritt weiter und dann ist wieder Schluss und irgendwas ist da oben aber ich komme nicht hin Mist ich weiß nicht wie man da hinkommen soll nein ich bin abgerutscht scheiße wie komme ich da hoch nö wait aber es haben auch nur 14 versuche hat es auch nur also es haben nicht viele gespielt also das sagt nichts aus eher dass wir das Ding brechen können wenn wir uns jetzt nicht noch weiter dumm anstellen oh ich jedes mal jetzt war ich ungeduldig ah jetzt kann ich mich schon über mich selbst ärgern Mist 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 dann hätte man ungeduldig sein irgendwas ist doch da oben ich weiß nicht wie man da hinkommen soll ab wann wird die denn getriggert eigentlich ach jetzt toll ich kann das einfach drunter bleiben und dann passiert mir nichts ja gut to know okay keine ahnung was jetzt kommt äh juhu gib mir erstmal den Pilz Kollege alter seid ihr denn des Wahnsinns ihr kommt jetzt noch so wenn ich jetzt skippe mit zwei Leben ist das auch wieder Quatsch ne oh Gott was ein brutaler Kampf da am Schluss oh nein okay wir machen jetzt ein alles oder nichts skip alles oder nichts ja das wird nicht funktionieren äh kann ich jetzt noch skippen okay aber das ist gut zu wissen wenn man die Challenge versaut kann man immer noch skippen und verliert das Leben nicht Ghost House Gauntlet das klingt auch nicht tschau ne nicht tschau komm her der wird mich nur einmal trollen der wird mich mehrmals trollen oder ich wollte ich wollte das so ein bisschen oben rum soll ich soll ich mich trauen komm wir trauen uns das Problem ist ich wollte gerade sagen wenn ich jetzt falle kann ich nicht skippen okay aber wir hatten ein paar coole Level dabei und ich möchte gerne das erste Level wo ich gesagt habe das möchte ich noch mal spielen auch wirklich noch mal spielen war das das ja das sieht danach aus ach ja mit dem Block am Anfang genau 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 das war das ich glaube nämlich das kann man schon schaffen wenn man nicht unter Druck ist ich glaube dann geht das klar jetzt lädt halt nichts mehr ich weiß nicht warum hallo konsole konsole lebt ladekringeln zuschauen ist auch das schönste was man sich so vorstellen kann ja was mache ich hallo ich kriege hier wahrscheinlich gleich einen Ladefehler oder sowas aber ich verstehe nicht warum das ist ja mal voll der Quatsch hallo Spiel äh toll ja ich schätze dann beende ich den Party an der Stelle und wir spielen das vielleicht wenn es wieder geht danke fürs zuschauen und tschüss mä G Vielen Dank.